105.5 Spree-Radio. Berliner Rekorde. In dieser Woche suchen wir den Berliner oder die Berlinerin mit der weitesten Fernbeziehung. Das ist der aktuelle Rekordhalter. Das war in der ersten Woche, als ich das erste Mal in Australien war. Sofort gefunden. Robert, mein Freund, lebt 15.976 Kilometer von Berlin in Fernsehen, Meldorf, in Australien. Ich habe ihn kennengelernt über Airbnb eigentlich, also meine Airbnb-Übernachtungsmöglichkeiten. Der Plan ist, ich bin im Oktober fertig mit meinem Studium und dann steige ich in den Flieger und bin in Melbourne und bleib dann hoffentlich auch dort.